Moin moin und herzlich willkommen hier zu Call of Duty Vanguard, einem neuen Spiel von Call of Duty in der Beta-Verse. Wir sind taktisches Tempo, 6 gegen 6, irgendwas, keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal die. So ein russisches Gewehr, irgendwie taktisches Tempo ist das. Abschuss bestätigt. Oh, können wir den Panzer nehmen? Oh, bitte, bitte, bitte. Ah, da oben. Habe ihn gesehen. So ein Snaver. Snape der da rum. Was ist das? Was sind das für Ziele? Habe ihn. Habe ihn. Doppelabschuss. Hast du das gehört? Das fängt ja schon mal gut an diese Woche. Ja? So, jetzt stelle ich hier dieses Ding auf. Jawoll! Wir haben die Führung. Wir haben die Führung. Komme ich da wieder hoch? Blut günstig. Gleitbombe bereit für den Einsatz. Wie lenke ich das? Keine Ahnung. Man kann nicht alle treffen. Ich weiß auch nicht, wie man das Ding zielt. Das war's mit den Aufklärungsdaten. Habe ich ihn erwischt? Nee, ne? Ha, scheiße von hinten. Ja, mittlerweile wussten die auch, wo ich bin, ne? Da. Ich hab leider kein... Keine Sniper. Aber eliminiert. Aber nur angekratzt. Also... Assistenten gekriegt wahrscheinlich. Wir fallen zurück. Wir fallen zurück. Ich bin aber auch eine Camper-Sau, ne? Dann muss ich aber auch einen... einsamen Wolfsdorf hinnehmen. Jawoll! Nachladen. Die beobachten mich. Manu! Kann ich nicht mehr? Ich komme! Grenade! Egal, jetzt hab ich aber das... ähm, das Dingsen. Das Gewehr hier. Uff. Hey! Hey! Ich hab mich noch gar nicht hingelegt. Ich werde beobachtet. Nein, da ist schlecht. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn? Wo bin ich? Ich möchte mit dem Panzer hier am liebsten rumdüdeln. Kann ich den... Kann ich den verfehlen? Hab ihn. Zu nah, muss ich sagen. Zu nah. Wir sind im Vorteil. Ich weiß gar nicht, von wo. Ich wusste gar nicht, von wo. Ah. Uiuiui. Jawoll! Jawoll! Hehehehe. Ah, scheiße! Er wusste, dass ich da noch war. Ich glaube, wir müssen diese Dinger hier einsammeln, ne? Jawoll! Verarsch mich nicht! Ich hab dich da safe getroffen. Hehehe! Hehehehe. Tür zu machen, er schießt einfach durch, geil. Scheiße, bin festgenagelt! Da häufen sich schon die Leichen. Ich geh da wieder rein. Die Beobachtung ist festgenagelt! Einschuss frei! Jawoll! Feindlicher Goliath unterwegs! Einschuss frei! Jawoll! Hehehehe. Wollen wir mal nachladen hier. Was hat er, wie hat er mich getötet? Mit dem Panzer! Und wie? In dem der Panzer zerstört worden ist. Okay. Jawoll! Ich hab dich gesehen. Hab ich dich sehen? Die sind auch getötet? Nee. Ich kann die drei aber hinlegen, ne? Ich hab die auch. Feindliche Positionen werden markiert. Jawoll! Nochmal, Mann. Dann rennen die die ganze Zeit hin und her. Machen wir die Schranke hier zu. Hehehe. Ah! Hat er gesehen, ne? Da. Ja klar, hat er das gesehen. Ach komm. Ich brauch ein anderes. Warte mal. Ich bin in dem den. Ich glaub, der ist besser. Werfe Molotov! Wir brechen Ihnen das Rückgrat! Jawoll! Der Errecher ist am Start! Gib her! Okay, ich dachte schon. Die Zeit ist um! Zurück nach Hause! Meine Marken! Ich dachte, die Zeit ist um! Ich bin in den. Und leiden! Scheiße! Bin festgenagelt! Einsammeln! Sieg! Sieg! Wie viele Kills? Kills sind hier das Entscheidende. Und nicht wie viele Marken man eingesammelt hat. So war der letzte Abschuss. So, 18 Mal gekillt. Drei Dinger habe ich eingesammelt. Hä? Okay, nächste Runde. Rang 5. Nee, 4. Rang 4. Let's go, nächste Runde. So, warte, 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 das ist hier die Herrschaft oder irgendwie sowas, ne? Kann man das jetzt hier sehen? Herrschaft. Oberer und verteidiger die Zone. Das erste Team mit 200 Punkten gewinnt. Warte. Herrschaft, haltet das Zielobjekt. Versucht euch nicht umbringen zu lassen. Ich versuch's. Ich hatte gerade schon eine Runde, aber die wurde aus Versehen nicht aufgenommen. War natürlich meine beste Runde. War natürlich meine beste Runde, die ich eben nicht aufgenommen habe. Weiß auch jeder. Wer sind die denn? Ich bin festgenagelt. Ach, Mann! Und wieder der Baker. Wir verlieren Ziel Baker. Ja, sei doch, Baker. Baker ist verloren. Wir verlieren Ziel Charlie. Wir nehmen Able ein. Baker wird gesichert. Der Fein hat die totale Herrschaft. Jawohl. Ich hab die Flagge ergriffen. Wir halten Able. Wir nehmen Baker ein. Ja! Ja! Baker wird gesichert. Ja! 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 Ich möchte die Hunde haben. Oh, ich muss nachladen. Charlie verschanzt. Das war's mit den Aufklärungsdaten. Ich muss nachladen! Wir nehmen Baker ein. Wir verlieren Ziel Baker. Ja! Ii! Äh! Oh. Oh, wie ich ihn den Kopf weggefetzt hab. Geil. Jawoll! 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 Okay, erstmal nachladen. Erstmal nachladen. Sie nehmen Charlie ein. Abel wird gesichert. Oh, nee, von hinten. Sie haben die totale Herrschaft. Die Linie halten. Ich werde niemals die Runde kriegen. Jawoll! Ja, nee. Die Betäubungsgranate ist traucht! B imping! Ich beste verdadei direkt! Ich muss auch mal wieder Punkte einnehmen. Doppelabschuss. Wir erobern Baker. Eure Daten stehen bereit. Dreifach abschutzen. Einfach fetzen. Die nehmen Baker ein. Blutrünstig. Gleitbombe bereit für den Einsatz. Doppelabschuss. Geil. Ich muss mal eben eine Muni sonst geben. Keine Muni mehr. Schade. Ich hatte keine Muni mehr. Die Munition wird schockt. Sie nehmen Baker ein. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Gut für uns aus. Nicht nachlassen. Wir verlieren viel Baker. Die haben gewartet, ne? Ja, kommt schon. Jetzt haben die meinen Spot da, oder was? Ja, kommt schon. Hat er eine Sniper, oder warum kann er so gut schießen? Baker. Baker, du bist überrannt. Juhu, juhu, juhu. Ich sehe doch nichts. Ich bin fast genagelt. Ich bin fast genagelt. Wie viele Männer denn? Wie genau konnte er mich treffen? Ah. An der Schulter erwisch. Weißt du, wenn ich da drei Magazine ins Bein schieße, passiert nichts. Wenn ich einen Streifschuss an die Schulter kriege, direkt in seinen Tod. Keine Chance. Ich muss anders da rein. So. Vorrück. Oh. Oh. Ich habe die Vorräte. Ah, Mann. Von hinten. Die Bastarde haben mich festgenagelt. Ah. Meine Waffe so. Oh. Oh, warte mal. Ich bin der beste Camper. Hallo. Hallo. Hey, von der Seite. Jetzt stand ich da fünf Minuten lang. Fünf Minuten lang. Wir halten Charlie. Baker wird gesichert. Ohne Grund. Alle Ziele gesichert. Verschränkte neu. Ich bin fest. Ach, kommt schon. Ach, kommt schon. Wie die Ameisen sind sie angekommen. Doppelabschuss! Neue Daten stehen bereit. Dreifachabschuss! Wir verlieren Ziel Charlie. Charlie wurde überrannt. Wir erobern Abel. Abel gehört uns. Hast du das gesehen? Habe ich das einfach gemacht? Habe ich was getroffen? Ich glaube nicht. Sie nehmen Baker ein. Baker wurde überrannt. Bastarde haben mich festgenagelt. Jawoll, eliminiert. Ich muss mal ihm nachladen. Das war's mit den Aufklärungsdaten. Wir nehmen Charlie ein. Wir sind bei Charlie verschaffen. Wir nehmen Baker ein. Sie nehmen Charlie ein. Charlie wurde überrannt. Baker wird abgeriegt. Wir sind festgenagelt. Wo sind die denn alle? Wir halten Baker. Jawoll! Einfach niedergemäckelt. Ah, Batman. War das Batman? Batman hat mich getötet. Halt ihn aus. Wir nehmen Abel ein. Wir erobern Charlie. Wir verlieren Ziel Baker. Wir verlieren Ziel Abel. Abel ist verloren. Charlie gehört uns. Baker wurde überrannt. Doppelabschuss. Doppelabschuss. Oh, du bist ein bisschen guter. Haben wir ihn übernommen? Das war aber auch knapp. Aber ich habe auch gut mitgewirkt. Das war eine richtig gute Runde. Ich werde richtig gut in dem Game. Das ist meine Waffe. Guck mal an. Er schießt da rechts. Er schießt da links. Und er so, äh. Guck mal, ich habe 29 gekillt. 29. Ich bin besser wie er. Besser wie er. Besser wie er. Besser wie er. Ich habe viermal erobert. Ja gut. Das war für diese Woche. Call of Duty gedöhnt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich spiele das noch ein bisschen. Solange halt hier die Beta ist. Das Game kommt am 5. November raus. Mal gucken. Und ja. Haus rein. Bis dann. Tschüss. Bye. Kommっ. Vielen Dank.